Ja, es ist natürlich schon bitter, gerade weil wir in der ersten Halbzeit auf jeden Fall die Chancen hatten und ja, verstolpern wir die Dinger echt vorm Tor. Und Kiel hat dann auch ein paar Chancen und da geht die Murmel halt rein. Bei uns eben nicht. Es ist im Endeffekt dann auch natürlich ein bisschen glücklich für Kiel, aber sie machen das Ding und wir nicht und deswegen fahren sie halt auch verdient mit drei Punkten nach Hause. Ich glaube gerade die erste Halbzeit, dass wir da uns nicht beschweren dürfen, wenn wir einen kriegen und hatten dann Glück, dass keiner fällt. Dann aus der zweiten Halbzeit, finde ich, haben wir es über die meiste Zeit gut verteidigt und sind dann am Ende wahrscheinlich der glückliche Gewinner, machen spät das Tor. Nach dem Tor eigentlich auch noch gut weitergespielt, nichts Großartiges mehr anbrennen lassen und ja, überverdient muss man vielleicht nicht reden. Also ja, aber wir freuen uns natürlich, dass wir auch hier die Punkte mitgenommen haben und ich denke, dass Pauli auf jeden Fall deutlich stärker ist als der Tabellenplatz. Ja, freut mich natürlich immer, wenn ich da hinten ein paar rausfischen kann, aber im Endeffekt hat das heute nichts gebracht. Also ich hätte heute auch lieber die Null gehalten, dann fahren wir da mit einem Punkt wieder nach Hause oder vielleicht, wenn wir vorne noch ein Ding machen, mit drei. So war die Leistung zwar in Ordnung wie von der gesamten Mannschaft, aber es bringt uns ja nichts, können wir uns nichts von kaufen. Ich will nicht sagen, dass das der Matchplan war. Wir wollten sie schon an sich früh attackieren, haben dann aber gemerkt, dass sie, weil sie auch fußballerisch stark sind, dass sie gut ausgespielt haben und hatten dann Probleme, haben dann ein bisschen umgestellt, dass wir es dann defensiver spielen, ein bisschen tiefer stehen und ja, das war das, was man dann gesehen hat. Pauli fiel am Ball, wir nicht so richtig den Zugriff gekriegt. Ja, dann kamen auch die Chancen für Pauli und ja, dann wurde der Matchplan ein bisschen abgeändert. Ja, machen sie schon gut, spielen sich da über rechts außen durch, bringt dann eine extrem scharfe Hereingabe und ich glaube, der Kulikas war das da, hält dann seinen Kopf rein und ein richtig gutes Tor und ja, schwer zu verteidigen. Ja, also ich glaube vor allem, ich weiß nicht, vor dem Tor war es ordentlich, da haben wir es dann besser verteidigt, haben noch besser Zugriff gekriegt und ja, dann gerade mit dem Tor, das hat uns noch mal richtig Kraft und Mut gegeben und dann war Pauli vielleicht hinten raus auch ein bisschen platt und dann haben wir es gerade auch mit der Führung im Rücken dann auch gut zu Ende gespielt, finde ich. Ja, also wir sehen uns nach